so gestern habe ich das vordere lager geschafft um einfach mal zu sehen was da draus wird und ob das wirklich was gebracht hat hier kann man das jetzt ziemlich gut hören der lauf ist viel ruhiger das plackern ist weg muss heute noch ein bisschen einlaufen lassen und dann werde ich mal ein paar versuche starten aber so hört sich das ganze schon viel angenehmer an werde ich nachher nochmal das spiel messen mal gucken dass besser geworden ist das war's